So, wir sind jetzt hier angekommen in einem... Weiß ich nicht, jetzt ist es auf einmal kein Eis mehr, jetzt ist es Lava oder so. Das sind die letzten Level des Spiels schon. Und ich hab wieder einen Sugar Rush. Also hier kommen jetzt zwei oder drei Level. Und dann kommt schon der letzte Endgegner. Aber, ähm, das wird noch nicht alles sein, weil ich werde nämlich noch mehr filmen. Es gibt noch Extra-Level und ich hab mir überlegt, ich mach diese erste Episode wahrscheinlich doch noch. Äh, mal schauen. Auf jeden Fall kommen noch Extra-Level, so. Die von Leuten selbst hergestellt wurden. So selbstgemachte. Die werd ich mir auch nochmal durchaus angucken. Von einer Schneewelt in eine Lava-Welt. Ist auch cool. Autsch. Wow, Schokolade. Hier müsste es jetzt Eis geben, hier ist es bestimmt warm. Autsch. Ich will die Schokolade haben. Ach, geh doch hier drauf. So. Endlich. Mhm. Exit, wow So, ich glaube ein Flammenlevel kommt noch Ach, tatsächlich, hier ist schon der letzte Level Jo, das müsste der letzte sein Ach ja, ich habe ja hier alle Waffen gerade Egal, wir machen mit dem Feuer weiter, das ist noch kurz Hier ist die Musik richtig cool Stirb doch Ist ja schon fast Speedrun-Qualität hier Uäh, Hot Dogs, Hot Dogs, Uäh Und ein Wasch Damp-damp-damp Toll, bringt mir jetzt auch nichts, weil hier überall nur so Laufzeug ist Ja, jetzt wo die Gegner wieder kommen, ist er wieder zu Ende Naja, was soll man machen So, das war's schon Jetzt kommt noch ein Level und dann kommt der letzte Endgegner Wir sehen uns dann im Naja, es ist nicht der letzte Part, aber im nächsten Part wieder Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal